Hallo und ein schönes Wochenende gewünscht. Diese Frau führt den Widerstand der Magischen. Sie ist eine Samare. Ihrer Art bin ich nie zuvor begegnet. Ich auch nicht. So, wo fangen wir an? Ich laufe mal Richtung Eingang und versuche mal mit den Leuten hier zu reden. Dieser Da ist besser gekleidet als die meisten anderen Rebellen. Er passt nicht so ganz zu ihnen. Die Schuhe vor allem. Heu Al-Wane Da. Es ist eine Ehre, eure Augen zu erblicken. Da ist in Asadi ein Ehrentitel und Heu ein üblicher Gruß. Er muss mit Asadi zu tun gehabt haben oder er hat Sprache und Gebräuche studiert. Wenn er mir etwas zu sagen hat, wird er das schon tun. Wer hat euch die korrekte Form der Asadi-Anrede gelehrt? Oh, ich habe einige Jahre lang mit eurem Focken, mit den Asadi-Geschäfte gemacht. Bis die Taverne meiner Tante geschlossen und sie selbst verhaftet wurde. Bis ich erfuhr, was wirklich geschah. Ihr wart an dieser Razzia beteiligt. Im Journeyman Inn. Benrim Sermon ist die Schwester meiner Mutter. Sie hat mich nach dem Tod meiner Mutter aufgezogen. Ich habe ihren Nachnamen angenommen. Ich bin Jakai. Ich habe Befehle befolgt, als ich seine Tante verhaftet habe. Aber das spricht mich nicht von der Verantwortung frei. Ich habe seine Tante verhaftet, aber eine Entschuldigung würde daran nichts ändern. Nicht, dass ich euch die Schuld geben würde da. Und meine Tante tut das auch nicht. Es war sogar ihre Idee, euch zum Ausbruch zu verhelfen. Sie weiß, was wir an euch haben. Wisst ihr, ich bin erst vor weniger als einem Jahr zum Widerstand gestoßen. Davor war ich Geschäftsmann und meine Kunden waren vorwiegend Asadi. Er will mir offenbar seine Geschichte erzählen. Das sollte ich ihn tun lassen. Ich habe jetzt keine Zeit, mir seine Geschichte anzuhören. Er will mir... Das Geschäft lief gut. Ich habe von der Besatzung profitiert. Ich habe viel Geld gemacht. Es beschämt mich, das jetzt zuzugeben, aber ich habe wirklich an die Asadi geglaubt. Was sie sagten, ergab Sinn. Selbst die Sachen, die sie über die Magischen sagten. Eine Zeit lang gab ich denen die Schuld für alles. Ich ging sogar so weit, der Nationalen Front für Glaube und Familie beizutreten. Wisst ihr, wer das ist? Asadi-Kollaborateure. Eiferer gegen die Magie. Wendehälse. Darauf bin ich nicht stolz. Diese Geschichte scheint ihm wichtig zu sein. Er muss sich das von der Seele reden. Ich sollte ihn fortfahren lassen. Aber dann, als meine Tante festgenommen und zu fünf Jahren in Kaltenstein verurteilt wurde. Das hat alles verändert. Mir die Augen geöffnet. Mir wurde klar, dass nicht die Magischen die Schuld trefft, sondern die Asadi. Uns. Jene von uns, die nicht den Mund aufmachten oder etwas unternahmen. Die, die die unseren verraten hatten. Er muss das wirklich loswerden. Ich verstehe das. Ich lasse ihn seine Geschichte zu Ende bringen. Ich habe den Widerstand ausfindig gemacht und jetzt bin ich hier mit all den tapferen Leuten, so wie... wie Eno. Sie ist großartig, oder? Ich bin wirklich beeindruckt davon, wie sie... äh... wie sie sich durchsetzt. Mann, die Sids sind wirklich... erstaunliche Leute. So hübsch. Wie dem auch sei, das ist meine Geschichte. Ihr habt ganz schön was zu erzählen. Nicht wahr? Ich bin froh, euch bei uns zu haben da. Das wird unheimlich viel ausmachen. Meine Unterstützung habt ihr. Ich sollte mich jetzt für heute Abend bereit machen. Natürlich, Alwane da. Kian. Tut mir leid, dass ich so viel gequasselt habe. Viel Glück da draußen. Okay. Dann gehen wir zum Zornächsten. Tja, so wendet sich das Blatt. Sie sind ein verwahrloster Haufen, diese Rebellen. Wie können sie ernsthaft damit rechnen, gegen mein Volk zu gewinnen? Okay, mit denen kann ich nicht reden. Was hast du vor? Hast du vor, den Wächter umzudrehen? Warum sollte ich etwas so offensichtliches machen, wie den Wächter umzudrehen? Das wäre ein idiotischer Zug. Ich weiß nicht. Weil du eine Frau bist? Ach, halt die Klappe und spiel dein Ist rum. Dräng mich nicht. Ich muss nachdenken. Ich erkenne das Spiel nicht. Aber es sieht aus, als würde es Spaß machen. Mach einfach, was du sonst auch machst und schieb die Steine umher, bis du verlierst. Still! Ich brauche Ruhe! Ich weiß genau, welchen Zug ich jetzt machen würde. Eine junge Sid. Was wirst du machen, Ursache? In Asadir gab es ein paar. Nein, sag's mir nicht. Aber sie wurden gejagt wie Tiere. Ich glaube, ich weiß es. Hallo! Na? Ihr seid also... Der Neue, was? Ich bin Enu. Eigentlich heiße ich Enu Marsantia. Kind des Zwielichts, Tochter von Thea Ma und... Und mein Vater würde mich umbringen, wenn er wüsste, dass ich Enu statt meines vollen Namens verwende, wie es ein richtiger Sid tut. Aber er ist nicht hier. Also, hallo, ich bin Enu. Ihr seid Kian. Ich kann diesen... diesen Leuten ein Gespräch nicht verweigern, jetzt wo ich Teil ihres Widerstands sein soll. Das Mädchen verdient eine Antwort. Ich weiß, dass ich lernen muss, mit diesen Leuten zu reden. Mit den Magischen. Ich wünschte bloß, ich fände sie nicht so... unangenehm. Ich... Der bin ich. Toll! Hallo. Asadi, was? Das ist... Ja, toll. Ich bin nie bei Ihnen gewesen. Ist es nett dort? Ich hab gehört, es soll nett sein. Wenn Sie nicht, ihr wisst schon, Krieg führen und Magische ermorden. Erobern und morden. So sieht sie mein Volk also. Als ob die Sid kein Blut an ihren Händen hätten. Könnte sie Asadi so sehen, wie ich es sehe, dann wüsste sie, dass es noch viel mehr gibt. Aber welchen Sinn hätte es, wenn ich versuchen würde, sie zu überzeugen? Das ist alles, was sie von Asadi weiß. Vielleicht ist es nicht so überraschend. Diese Leute sehen nur Soldaten, Eroberer und Besatzer, geführt von Verbrechern. Es liegt in meiner Verantwortung, dass unsere Geschichte vollständig erzählt wird. Was wollt ihr? Ich wollte mich euch bloß, ihr wisst schon, mal präsentieren. Mich vorstellen, euch. Nicht mich präsentieren, das ist ja, das ist unangebracht, Tochter von Thea Ma. Ach, tut mir leid, ich vermassle das gerade, nicht wahr? Sie versucht es zu sehr und schafft es nicht. Ich weiß nicht, warum sie sich überhaupt bemüht. Es ist ja nicht so, dass wir je auf einen Nenner kommen oder gar Freunde werden würden. Sie versucht ihr Bestes, trotz ihrer Vorurteile, trotz der Art, wie wir Asadi sie und ihr Volk behandelt haben, ist sie willens, mir eine Chance zu geben. Ihr macht das prima. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Enuma, Asantia, Kind des Zwielichts, Tochter von Thea Ma. Oh, oha, ganz meinerseits, Kian Alwane, Apostel von den Asadi, Sohn von, äh, Kian genügt. Ihr könnt mich Kian nennen. Gut, oh, Ki, kann ich euch Ki nennen? Ihr könnt mich Kian nennen. Das ist viel, viel besser, Kian. Willkommen beim Widerstand, Kian. Tut mir leid, wegen Liko. Er hat Probleme. Ich werde mit ihm reden, unter vier Augen. Oh, aha, vier Augen, verstanden. Ich werde nicht nachbohren, versuche mich zu zügeln, meine Neugier. Langsam werde ich warm mit ihr. Sie ist nicht halb so nervig, wie es zunächst den Anschein hatte. Und dass ich unter Magischen bin, damit muss ich irgendwann klarkommen. Warum also nicht bei ihr anfangen? So übel ist sie gar nicht. Langsam werde ich warm mit ihr. Aber genug ist genug. Langsam werde ich mit ihr anfangen. Langsam werde ich mit ihr anfangen. Also, was ist eure Geschichte, Tochter von... Einfach nur Eno. Hier nennt mich niemand Tochter von, bla bla. Und meine Geschichte ist total unspannend. Das Gegenteil von spannend. Eintönig? Böde? Langweilig? Das ist das richtige Wort. Ich bin ein langweiliges Bauernmädchen. War, war ein Bauernmädchen. Und ja, man stelle sich vor, jetzt bin ich eine Rebelle. War nicht abzusehen. Naja, das stimmt nicht ganz. Wenigstens lehnen es meine Eltern nicht völlig ab. Sie wären glücklicher, wenn ich dort einen langweiligen Zitbauern geheiratet und langweilige kleine Bauernzittlinge bekommen hätte. Aber sie sind stolz auf mich. Sie glauben an die Sache. Und sie hassen die Asadi total. Tut mir leid. Ihr habt gute Gründe, uns zu hassen. Ja. Naja, ich bin nicht sicher, ob ich dorthin zurück kann, wenn das alles vorbei ist. Auf den Hof, meine ich. Ich mag es, für etwas zu kämpfen. Ich mag es, ein Ziel zu haben und nicht nur Landwirtschaft zu betreiben. Eine volksame Tochter zu sein. Jemand, der Zittlinge aufzieht. Offensichtlich. Ich gebe wirklich keine gute Zitt-Ehefrau ab. Ich wäre die Schlechteste. Tut mir leid. Ich quassle euch hier völlig zu. Dabei wollte ich nur mal Hallo sagen und dann Blöck. Also, ähm, Hallo. Und hey, viel Glück heute Abend. Naja, ich werde mit euch kommen, aber trotzdem. Schluss jetzt. Go. Er kommt mir irgendwie bekannt vor, habe ich ihn schon mal gesehen. Und ich rieche im Wind keinen Regen. Du wirst heute Abend den Felsen hochsteigen müssen, um die Fässer aufzubringen. und haben kaum Ressourcen. Nimm Anik mit. Aber sie werden nicht aufgeben, bis die Assadi weg sind. Beide wollten unbedingt was tun. Oder ihr Widerstand ausgelöscht wurde. Sie wird Wache stehen, während ihr zwei die Fässer hochzieht. Vor einem Jahr noch habe ich sie bekämpft. Heute bin ich einer von ihnen. Ich habe gehört, dass unsere Körbe leer sind. Kien Alwane. Soldat, Apostel, Assassine. Dich hatte ich mir größer vorgestellt. Ach, egal. Willkommen bei der Bewegung zur Befreiung Markurias und des Nordlands. Willkommen beim verdammten Widerstand. Wie geht's deinem Rücken, hm? Die Kräuter haben geholfen. Tja, sie versteht ihr Handwerk, unsere Sidmari-Sanitäterin. Und sie war besorgt um dich. Hat bei dir gesessen, bis dein Fieber weg war. Ist dir nie von der Seite gewichen. Ich würde ja sagen, sie hat sich in dich verguckt. Aber das war es nicht. Eher, als hätte sie, als hätte sie eine Schuld beglichen. Ich bin der General, ja? Hab das Sagen hier. Wenn du ein Problem mit der Logistik hast, kommst du zu mir. Deine Koje ist nicht hart oder weich genug. Der General ist dein Mann. Unzufrieden mit den Rationen? Geh zum General. Vielleicht ist das nicht so wichtig, wie das Abfangen von Kommuniqués oder Anschläge auf die Asadi. Aber hier läuft auch nichts von selbst. Irgendwelche Fragen, Soldat? Ich habe das Gefühl, diesen Mann schon mal gesehen zu haben. Er trug keine Uniform und war kein General. Aber seine Stimme und sein Gesicht. Ich weiß nichts über diesen Ort, wo ich essen oder schlafen werde. Er dürfte der richtige Mann für diese Fragen sein. Ich bin sicher, nach der Mission heute Nacht ist noch genug Zeit, um mehr über die Enklave zu erfahren. Kenne ich euch von irgendwoher? Kann mir nicht vorstellen, dass du das tust. Es sei denn, du bist von hier, was du offensichtlich nicht bist. In meinem früheren Leben hatte ich abseits von Bars und Spieltischen nicht viel Kontakt zu den Asadi. Und du wirkst nicht, als würdest du eines von beiden häufiger aufsuchen. In meinem neuen Leben war ich meistens hier im Hauptquartier. Wir haben nicht viele Asadi-Gäste. Vielleicht in Makuria? Nein, ich wüsste nicht, wie wir uns dort begegnet sein sollten. Du musst mich mit jemand anderem verwechseln. Weitermachen, Jungchen. Oh, und mach uns stolz, verdammt! Ja, natürlich. So. Haben wir jetzt alles? Nee. Der Apostel hat sich also endlich erhoben. Eine Schande, dass das Vieh bei euch nicht getötet hat. Wir wären alle besser dran. Eine noch größere Schande, dass ein guter Mann sterben musste, damit ihr leben könnt. Ganz gleich unter welchen Umständen. Ich werde niemals zulassen, dass jemand so mit mir spricht. Er hasst mich. Und warum sollte er das auch nicht? Sein Volk hat meinem Leid und Tod gebracht. Und wir haben es doppelt vergolten. Wir werden immer Feinde sein. Ich bin mir wieder sicher, dass ich diesen Dolmari schon mal gesehen habe. Wir sind uns bereits begegnet, Dolmari. Ich weiß es. Das sind wir. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr noch wisst, wo. Sicher hat es euch wenig bedeutet, nur eine weitere Blauhaut unter den Tausenden, die ihr ermordet habt. Wie ihr stamme ich aus dem Westen, von dem großen Kontinent, den wir in Tikva-Abanen, Land der untergehenden Sonne. Der Ort, den euer Volk Mihan-Mir nannte, und dann Asadir. Als ob er durch die Besatzung in euren Besitz übergegangen wäre. Ihr gehört den Asad-Dolmari-Stemmen an. Ich bin einer der Dol Intiqua der West-Dolmari, der ersten meines Volkes. Und ja, wir sind uns bereits begegnet, Apostel Alwane. Ihr habt meinen Vater vor meinen Augen ermordet. Hätte meine Mutter mich nicht zurückgehalten, dann hätte ich euch die Kehle rausgerissen. Und keiner von uns wäre heute hier. Wir standen einander noch einmal gegenüber. Jahre später. Aber daran erinnert ihr euch sicher auch nicht. Was bedeutet schließlich schon ein weiterer dreckiger Magischer? Ihr habt mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und eines Tages schon bald mache ich euch zunichte. Ich habe der Hirten geschworen, dass ich meinen persönlichen Groll beiseite stelle. Vorerst. Im Gegensatz zu euch halte ich meine Eide. Aber wenn ich je Verdacht schöpfe, dass ihr vorhabt, uns zu hintergehen, so wie ihr die euren Hintergangen habt, dann werde ich nicht zögern. Ich werde euch töten. Und sobald dieser Krieg vorbei ist, begleiche ich die Rechnung. Ihr werdet für den Tod meines Vaters bezahlen, für den Kummer meiner Mutter und das Leid meines Volkes. Merkt euch meine Worte schlechter. Eure Tage sind gezählt. Beim Licht der Göttin. Okay, also jetzt kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass der so pissig auf uns ist. Get your mission from Shredward. Keine Ahnung. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Ist sie das? Ja. Seid ihr bereit, Kian? Ja, bin ich. Muss ich. Gut. Liko und Enu kommen mit euch. Sie werden euch sagen, was ihr heute Abend tun müsst. Was meinen die, wie ich in die Stadt gelangen soll, ohne von meinem Volk erkannt zu werden, auch wenn es Nacht ist? Sind sie so dumm oder arrogant, dass ihnen das nicht in den Sinn kommt? Wenn ein Assadi-Soldat mich sieht, gibt er sofort Alarm. Nach mir wird gefahndet. Mir ist noch nicht klar, was ich für sie tun soll, wenn ich in der Stadt bin. Da ich als Verbrecher gesucht werde, würde jeder Assadi-Soldat, der mich sieht, Alarm geben. Aber sie haben sicher einen Plan. So dumm und arrogant können sie gar nicht sein. Ja, das würde ich jetzt auch einfach mal sagen. Bevor ihr geht, müssen wir noch etwas erledigen. Ihr seid flüchtig und die Assadi passen gut auf. Sie würden euch erkennen. Deswegen hat unsere Sidmari-Zauberin das hier hergestellt. Magie. Hier kommt man nicht ohne aus. Wenn ihr uns helfen wollt, müsst ihr das trinken, fürchte ich. Ein bakschelwanischer Maskierungstrank? Nicht ganz, aber gut geraten. Ein Maskierungstrank würde keine Stunde lang anhalten. Das ist ein irradianischer Schleier. Er bleibt tagelang wirksam. Er lässt alle ungeübten Blicke abgleiten. Solange ich mit niemandem spreche, werden die Wachen mich nicht einmal wahrnehmen. Für sie werde ich wie ein Schatten sein. Das ist sehr starke und sehr kostspielige Magie. Nicht leicht zu bekommen. Ihr kennt euch aus mit Tränken. Bevor ich Apostel werden konnte, musste ich mich mit Magie ebenso gut auskennen wie die, die sie einsetzen. Man muss seinen Feind kennen. Das wird euch sicher von Nutzen sein. Trinkt ihn, bevor ihr an Land geht und der Schleier wird euch verbergen. Seid trotzdem vorsichtig. Sprecht nicht mit den Assadiwachen oder Sympathisanten. Er regt keine Aufmerksamkeit. Aber denkt daran, wer euch gut kennt, der kann immer durch den Schleier blicken. Liko und Enu warten unten an der Treppe auf euch, im verborgenen Hafen. Aber so könnt ihr nicht nach Makuria. Ihr müsst euch was anziehen. Ich habe euch Kleidung aufs Bett gelegt. Ich denke, sie sollte euch passen. Ja, 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 ja. Gut, dann ziehen wir uns mal um. Die sind ja wirklich sehr fürsorglich. Eigentlich total nett. Aber wir brauchen, also die brauchen uns ja auch, ne? Na klar. Ja, sieht doch ganz schick aus. Du Vollkrabbel. Stylisch, stylisch. Och. Ist euch etwa langweilig? So, was soll ich jetzt machen? Ich hab's schon wieder vergessen. By the water. Wo ist denn hier Wasser? Wahrscheinlich da unten irgendwie Richtung Ausgang. Ja, das sieht doch schon mal so aus. Zu weit. Guten Tag. Der sagt ja gar nichts. Boah, ist das eng hier. Oh. Oh. Guten Tag. Werdet ihr seekrank? Was? Oh. Ich wollte nur wissen, ob ihr gleich anfangt, uns voll zu kotzen. Das ist alles. Ich bin schon mal auf einem Boot gewesen. Gut. Dann macht's mir nichts aus, neben euch zu sitzen. Wir haben genug Zeit verschwendet. Wir müssen los. Ich informiere euch über die Mission, sobald wir unterwegs sind. Nach euch, Kian. Okay. Ich bin total müde. Die Hitze ist echt krass. Na ja, und dadurch, dass ich in einer Dachgeschosswohnung wohne, könnt ihr euch ja wahrscheinlich vorstellen, dass es bei mir nicht unbedingt wärmer ist, äh, kühler ist als draußen. Ja. Vielleicht ein paar Grad. Tja. Oh, oh, oh.